ich habe einmal fifa noch und ich glaube einmal noch was anderes ich liebe solche simulatoren ja das spiel ist ganz so teuer das hat das gekostet 10 oder so vielleicht dafür ist es euch macht es lustig gut ich habe mich jetzt ein bisschen gefehlt in der letzten folge muss ich sagen ich habe ein bisschen zu viel auseinander gebaut dass ich dich hätte sein müssen aber wie gesagt also wenn du sowas magst dann würde ich dann kann ich dir empfehlen ich spiele jetzt glaube ich immer auf dem spot spiel ich jetzt glaube ich nur simulatoren aber wir machen die dinger extrem laune wenn die lieben wenn die nicht so lieb dass sie geklatscht sind pünktlich 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 so jetzt nicht erst was war denn ok nein ich bin selber ich bin selber einfach oben aufgeschlagen ich habe den spiel zu füllen und spielgezogen bei alleine ja ja ich bin alleine wo muss nix die kenne ich schon ich bin schon per du mit dem egal mein gott passiert ich sterbe hier ja tschüss oh mal ne guck mal ne guck mal ne dem ich da hab ich habe auch schon wieder was ist ein bisschen spitze ich bin spitze ich bin spitze ich tu jetzt komme ich zurückgegleich dem munition nein 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 ich hatte selber keine waffe gefunden habe mich erst bisschen zurückgezogen Das nächste Dorf. Oh, hier irgendwo die Küste. Sehr schön. Ja, geil. Ich bin der erste der Tote. Ich bin alleine. Keine Gegner da. Sehr schön. Wiederbelegungsknarre. Komm, komm, komm. Alles gut. Komm her. Ich kann da nicht. Ah, nee, da drin ist einer. Nein! So hochgeziert. Schon passiert. Hier, hier ist der Knaller. Unten, äh, Dingsbombs. Und hier ist noch eine Kiste. Ja, komm her, hier ist ein, hier ist ein Weste. Ja, ja, alles klar. Ganz in Ruhe. Warte, kein Stress. Oh, hier ist die Kiste. Ich lande. Weniger Schlucken. Gegenüber. Gut, man geht ab. Hier ist auf uns geballert. Oh, ich bin am Laufhin. Oh, fuck. Ich hatte einen gedauern. Ja, aber der Kuppel, der Kuppel hat dich geholt. Oh, die kommen jetzt wieder rein. Glaube ich. Aber die doch nicht. Ja, ich bin am Laufhin, der Kuppel hat dich geholt. Das Gas wehert sich. Erreiche die Sicherheitszone. Scheiße. Einfach mal auf dem Trucker-Node-Ticket getrennt worden. Scheiße. Kein. Wir haben uns hart getroffen, aber das machen wir wieder. Ich zieh den erst mal durch, ne? Ich zieh den erst mal durch, ne? Ich zieh den erst mal durch. Das macht nichts zu neu. Wir hören uns morgen, oder was? Auf Wiedersehen. Bis dann. Bis dann. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Vielen Dank.